Ich bin Ottilio Rupf, die Hausmeisterin der Häuser Nummer 14, 16 und 18 am Frankfurter Platz. Ich möchte bloß wissen, was heute in Frau Riemers Wohnung los ist. Es ist ein Kommen und Gehen und ein Krach, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Frau Riemer selbst ist nicht zu Haus. Eine Familie Kühn aus Brasilien mietete ihre Wohnung am selben Tag, als sie zu ihrer Tochter in die Vereinigten Staaten flog. Soviel ich weiß, sind Herr und Frau Kühn auch weggefahren. Ihre Tochter ist also allein. Diese jungen Leute heutzutage. Es ist schrecklich, wie man auf alles und jeden aufpassen muss. Zweiter Teil Auf dem Flur Welcher Dummkopf hat jetzt schon wieder geklingelt? Ich war's. Franz. Ach so. Du bist's. Ich habe doch den Schlüssel außen im Schloss stecken lassen. Es tut mir leid. Den haben wir nicht gesehen. Hast du eine Freundin mitgebracht? Ja. Darf ich dich mit Anneliese Deppisch bekannt machen? Guten Abend, Anneliese. Ich bin Renate. Ihr braucht nicht hier im Flur stehen zu bleiben. Kommt doch rein. Danke, Renate. Wir haben eine Flasche Rotwein gebracht. Wie nett, dass jeder mir Gesellschaft leisten will. Da alle auf einmal gekommen sind, können wir ja gleich eine Party machen. Unangenehme Überraschung. Menschenskind. Was für ein Krach. Seid doch ein bisschen ruhiger. Macht mal Pause, Kinder. Es wird nicht mehr getanzt. Sonst fällt der armen Frau Rupf das Haus über dem Kopf zusammen. Bruno, du bist auch da? Natürlich. Ich wohne ja hier. Das heißt, einen Stock tiefer unter Frau Riemer oder jetzt Familie Kühn. Gut, dass ich dich getroffen habe, Bruno. Stell dir vor. Fräulein Stiegler ist mit dem Auto von Frau Lenz gegen einen Baum gefahren. Mit dem Auto von Frau Lenz? Machst du Spaß? Das war ein Mietauto. Herr Lenz hat es von mir bekommen. Ach, du liebe Güte. Wie hat sie denn das getan? Ganz einfach. Statt um die Ecke zu fahren, ist sie an dem Baum gelandet. Aber frag sie doch selber. Da drüben steht sie, neben Ute und Brigitte. Moment mal. Die kenne ich doch. Richtig, stimmt, in der Straßenbahn. Ich wollte ihr den Weg zum Englischen Garten erklären. Plötzliche Rückkehr. Was wollen Sie immer mit meiner Hand? Lassen Sie mich jetzt endlich in Ruhe. Ich kann das nicht leiden. Aber Fräulein Renate, sehen Sie, jetzt weiß ich Ihren Namen doch. Ich habe gewusst, dass wir uns irgendwo wiedersehen werden. Mein Gott, Renate, sag bloß, dass er es mit dir auch versucht hat. Ja, in Berlin ist er schon hinter mir her gewesen. Fräulein Stiegler ist ihn auch kaum losgeworden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer ihn eingeladen hat. Aber hör mal, wer kommt denn da noch so spät? Warum steckt der Schlüssel im Schloss? Du lieber Himmel, was ist denn hier los? Wer sind Sie denn alle? Das sind alle meine Freunde. Sie wollten mir Gesellschaft leisten. Darüber können wir morgen noch sprechen. Sag ihnen, dass sie jetzt nach Haus gehen sollen. Dritterteil. Zu laut. Ruhe! Macht doch nicht solchen Krach. Was hast du gesagt? Ihr dürft nicht solchen Krach machen. Ihr müsst ein bisschen ruhiger sein. Wir können dich nicht verstehen. Ich habe gesagt, dass ihr ruhig sein sollt. Wir sind doch gar nicht laut. Schnelles Ende. Was ist los? Warum wird nicht mehr getanzt? Renates Mutter ist unerwartet nach Haus gekommen. Sie will uns so schnell wie möglich loswerden. Dann gehen wir sofort. Komm.